Es ist draußen, das Update Party! Also ich hab den Twitch schon laufen. Okay. Ja, und das hört man dann auch. Verdammt. Ist doch nicht schlimm. Die neuen Level, die man... Also das neue Level heißt Geometrical Dominator und das andere heißt Deadlocked. Okay. Okay. Erster Level, oder was? Ne, ne, das ist... Ah, ich sterb immer an dieser einen Stelle da. Jetzt schon. Alter. Das ist... Das Level verarscht einen ja förmlich. Ah, ich sterb bei dieser einen Stelle immer. Läuft der... Läuft das bei Twitcher nicht flüssig? Ja. Okay. Ernsthaft jetzt? Na so, da hab ich nichts gesagt. So, ich probier das jetzt mal im Praxis-Modus. Und ihr werdet das Lied hassen, was ich drinne habe. Ach, Quatsch. Wer mag nicht den Troll-Song? Alter. Ja. 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 What the f-f-f-ck? Man muss Pfeile anhicken! Alter, was? Toll and Maury Man muss Pfeile Dissere quies. Assigible Pfeile Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, was? Das ist verdammt schwer. Ja. Okay. Also mich würde das die ganze Zeit irritieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Die ganzen Farben? Ja. Weißt du, du weißt manchmal eigentlich nicht wo du da hingucken musst ey. Ja. Das ist voll einfach das Level ne? Ja. 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 Ich wette man muss den Schlüssel einsammeln. Das ist doch kein normales Level mehr! Du hast dich wirklich auf das Update gefreut? Was hab ich gesagt? Ne hab ich niemals. Es ist draußen, das Update Party! Ich hoffe, das hast du. Ja, ich freu mich auch, aber was zur Hölle haben die hier getan? Das war langweilig. Alter, mir hat das erfunden. Die Entwickler. Boah, was? Okay, ich hab auch immer keine Ahnung, wie man diese Stelle bezwingt hier. Ich wette dazu keine Ahnung. Hahahaha 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 Oh Gott. Hahahaha 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 Wer hat das, ey, der Typ ist doch behindert. Aber der muss das ja mindestens einmal geschafft haben. Das ist kein Deme-Level. Das ist die Nummer da drüber. Hab ich auch im Gefühl. Das ist... Motherfucker. Ah! Alter, was? Was? What? What? No. Mach es. Der Hölle-Style. Der Hölle-Style. Was ist das denn? Jetzt muss ich noch ein Bild verkaufen. Was ist das? Verarschen die mich? Das ist wie so ein Endboss oder so. Wer von euch geht da oben hoch? Hä? Ja, war klar. Danke, Spawnpunkt. Und? Pfff. Oh, so viel Regenbogenfaden. Ja, ich verstehe schon. Level. Das ist... Ach, come on. Ey, was ist das denn? Warum machen die das? Das hat doch nichts mehr mit Level zu tun. Das hat was mit... Ja, f*** den. Ey, doch bewegen! Nicht trollen. Ja, passt zum Song, ne? Läuft ich jetzt in der Dauerschleife oder was? Ja. Nee, das Level... Nee! Nö! Nee, einfach nein. Einfach nein. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Niemals in meinem ganzen verfickten Leben! Bis ich tobe, wenn ich 80 bin vielleicht. Durch Zufall oder so. Das ist gar nicht möglich, das Level. Hier kommst du langsam. Ich komm langsam echt aus dem Konzept. Ah nee, warte mal, bevor du einen anlegst. Warte mal, halt. Ich probier das Level jetzt. Ich probier das Level jetzt nochmal. Ein paar Minuten nochmal gucken. Ich probier. Mal den Link. Jetzt kann ich das runterladen. Ja, kann der jetzt einfach mal runterladen. Obwohl ich ja jetzt einen Dropboxer konnte jetzt abschicken. Die Anwendung ist ja echt schnell. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Rrrrrr Huch